Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Unser-Sammler-Team Osterkalender 2023 am 8. Tag, dem 3. April 2023. Wir öffnen also schon 8 Tage jeden Tag ein Überraschungsei und das bleibt natürlich bis Ostermontag so. Also bleibt gerne dran und wer eine Folge verpasst hat, guckt in unsere Playlist Osterkalender 2023. Ich wünsche euch viel Spaß heute. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.